Hallo und herzlich willkommen in ESPTI, euer Bitcoin Trading Informant, euer Crypto Trading Informant. Leute, was geht ab am Kryptomarkt? Jeden Tag um 19 Uhr die Zusammenfassung für euch, die News zusammengefasst und natürlich auch die Vorschau und auch noch eine technische Analyse. All das gibt es hier täglich um 19 Uhr auf meinem Kanal. Los geht's Leute, wir starten gleich mal hinein ins Vergnügen. Und was sind heute so die Schlagzeilen? FTX gehackt? Gibt's da was? Schauen wir uns genauer an. Dogecoin Breaking News. Wird der Doge 50 Cent erreichen nach Twitter-Integration? Auch da gibt's wieder was. Ripple Investoren zuversichtlich Fall zu gewinnen? Auch da gibt's wieder Neuigkeiten. Und Stellar Lumen, ZUSD, startet auf Stellar Netzwerk im Milliarden-Dollar-Markt. Und dann haben wir noch den Peter Schiff wieder mal. Verkauft eure Bitcoins. Jetzt. On-Chain-Daten signalisieren Warnung für den Bitcoin. Dann gibt's noch was. IOTA kann den weltweiten Klima- und Finanzsystemwandel effektiv unterstützen. All das gibt es jetzt natürlich hier auf meinem Kanal. Und wir starten gleich mal rein mit den ersten News der Tages. Diese Breaking News. FTX, es gibt ja hier ganz, ganz viele News jeden Tag über FTX. Und jetzt wieder mal gehackt. 400 Millionen Dollar. Ungewöhnliche Wallet-Bewegung. Schauen wir mal ganz kurz rein in den Artikel. Die pankrote Kryptobörse FTX scheint in den frühen Morgenstunden des 12. Novembers einen 400-Millionen-Dollar-Hack erlitten haben. Auch das noch. Aktualisieren Sie keine der FTX-Apps. Achtung Leute. Aktualisieren Sie keine der FTX-Apps, da diese betroffen sein könnten. Am besten löschen Sie sie ganz und warten auf weitere Informationen von den FTX-Vertretern. Also große Warnungen an alle, die bei FTX sind und die FTX auch die App benutzen Leute. Sowohl die FTX als auch die FTX-US-Geldbörsen sind betroffen. FTX-US-General-Konsul Rene Miller beständigte die Entwicklung und erklärte, dass sie einige Anomalien mit Brieftaschenbewegungen, also Wallet-Bewegungen, an der Börse untersuchen. Er pflückte hinzu, dass die Börse ihre verbliebenen Gelder in Kühlhäuser verlagere, um den Schaden zu minimieren. Leute, nochmal Achtung, Achtung. Das ist eine ganz harte Geschichte momentan, wenn ihr bei FTX seid. Jetzt auch noch gehackt. Also wirklich Katastrophe. Geschichte geht weiter. Die nächsten Breaking News. Doge-Chain wird zu POS switchen. Wird der Doge auf 50 Cent kommen nach der Twitter-Integration? Haben wir schon mal gehabt, einen Artikel. Wir haben ja schon mal gesagt, okay, Achtung, Dogecoin soll in Twitter integriert werden. Dann hat es wieder geheißen, nein, doch nicht. Jetzt hat Buzhan Alkolka wieder einen Artikel draußen. Dogecoins Layer 2 Skalierungslösung Doge-Chain befindet sich im Übergang zu POS. Doge-Chain wird eine Staking- und Mining-Möglichkeit für seinen nativen Token, die sie mit attraktiven Prämien einführen. Das Dogecoin Ökosystem hatte in der letzten Zeit einige neue Entwicklungen erlebt. Dogecoin, die Layer 2 Smart Contracts Plattform, kündigte ein großes Netzwerk-Update an. Das Doge-Chain-Team gab bekannt, dass die Layer 2 Skalierungslösungen für Dogecoin den Proof-of-Stake-Konsens-Mechanismus bekommen werden. Es ging schnell, die Ankündigung kommt nur drei Monate nach dem Start der Doge-Chain Smart Contracts Plattform. Das Team hat diese Ankündigung heute auf seinem Twitter-Handle bekannt gegeben. Der vorläufige Termin für dieses Netzwerk-Upgrade auf POS ist für den 14. November angesetzt. Also schon gleich Leute, Achtung, Achtung, wir haben heute den 12. 14. ist nicht mehr lange. Um das Upgrade erfolgreich durchzuführen, werden alle On-Chain-Aktivitäten für 12 Stunden gestoppt. Die Town-Time beginnt am 14. um 3 Uhr morgens, wenn das System das Upgrade beginnt. Das bedeutet, dass alle Einzahlungen, Abhebungen und Transaktionen ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt werden. Hier noch die originale Ankündigung. Während der Downtime werden Einzahlungen, Abhebungen, Transaktionen nicht möglich sein. Bitte beachten Sie, dass diese zentrale POS-Upgrade nicht durchgeführt werden kann, während die Chain läuft. Es besteht jedoch kein Grund zur Beundruhigung, denn es kommen große Dinge auf uns zu. Was für Breaking News für den Dogecoin wieder mal. Weiter geht's. Ripple, da haben wir auch immer wieder einen Artikel hier. Hier wieder mal von Paul Ade. Investoren zuversichtlich, Fall zu gewinnen, trotz zwei neuer Unterstützer für die SEC. Es geht ja nach wie vor rund. Wir haben auch schon vielleicht so ein Datum bekommen, wann das Ganze beendet werden soll. Aber jetzt dieser Artikel. In der dritten Woche in Folge gab es Zuflüsse in XRP-Anlageprodukte, was darauf hindeutet, dass die Anleger großes Vertrauen in den Sieg von Ripple im Prozess gegen die SEC haben. Ein weiteres unabhängiges Unternehmen unterstützt nun die Klage der SEC. Das schauen wir uns natürlich auch ganz kurz an. Laut Angaben James Butterfields von CoinShares gab es kürzlich passive Zuflüsse in XRP-bezogene Anlageprodukte. Er vermutet, dass die Zuflüsse auf die jüngsten Entwicklungen im Fall RSEC gegen Ripple zurückzuführen sein könnten. Zurückzuführen sein könnten. Was liest du heute für ein Schmarrn zusammen? Der CoinShares-Chef schrieb in der jüngsten Ausgabe der Digital Asset Fundflows, dass die Investitionen von Institutionen in XRP-bezogene Produkte in der dritten Woche in Folge 1,1 Millionen US-Dollar erreicht haben. Battlefield glaubt, dass das Vertrauen der Anleger durch die jüngsten Ereignisse im Verfahren gestärkt werden sein muss. Aber, Achtung, Achtung, im Zufolge tragen, namhafte Krypto-Undämen wie Blockchain, Association, Coin, wirst du diesem massiven Zuflüsse bei? Ja, letzte Woche. Twitter der Ripple, Justida, Stuart Alroti, 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 dass mehr als zwölf Unternehmen ihre Hilfe in dieser Angelegenheit anbieten. Da haben wir auch einen Artikel darüber gehabt. Jetzt aber schauen wir uns ganz kurz an. Hier, Jeremy Hogan, Twitter-Artikel, da gehen wir ein bisschen weiter runter. Der Anwalt bedankte sich bei LBRY für den mutigen Kampf, auch wenn man am Ende verloren habe. Anwalt John Deaton, und ihr wisst ja Leute, der LBRY-Coin hatte ja das Ganze hier verloren. Da habe ich auch ganz kurz mal was drüber geschrieben. John Deaton bleibt zuversichtlich, dass Ripple diesen Fall gewinnen wird. Am Dienstag twitterte er, dass sein Vertrauen in die Gewinnchancen von Ripple trotz des jüngsten Urteils stark bleibe. Und jetzt, weitere Organisation nimmt Partei für die SEC. In diesem Zusammenhang hat das New Sports Economy Institute einen Amicus-Brief beim Gericht eingereicht, um die Vorwürfe der US-Finanzaufsichtsbehörde gegen das Blockchain-Unternehmen zu unterstützen. In seiner Argumentation behauptete das NSI, dass er native Token von Ripple ein Spekulationsobjekt seit dessen Grundlage auf der Theorie des Bigger Fools beruhe. Also, wir sehen schon Leute, Achtung, es gibt natürlich wieder Befürworter für SEC und es gibt natürlich wieder die andere Unterstützung für Ripple. Noch ist gar nichts in grünen Tüchern. Es geht hier noch richtig rund und sobald es wieder ein Update gibt, gebe ich euch das natürlich wieder raus. Big für Stellar Lumens. ZUSD startet auf Stellar Netzwerk in Milliarden Dollar Markt. Guest Post, also von einem Gast hier gepostet. Schauen wir uns das auch ganz kurz an. Nach der Ankündigung ist der XLM-Kurs in den letzten 24 Stunden um 6,7% gestiegen und notiert derzeit bei 0,096 US-Dollar. Die Stellar Development Foundation, SDF, ist eine gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung und das Wachstum des Open Source Networks Stellar betreibt. Stellar Lumen, XLM, die native Kryptowährung der Stellar Blockchain, könnte mit der Integration von zwei renommierten Stablecoins in das Blockchain-basierte Zahlungsnetzwerk einen großen Aufschwung erleben. Die Stellar Development Foundation, eine Non-Profit Organisation, die die Entwicklung und das Wachstum des Open Source Stellar Networks betreibt, teilte mit, Man habe in Zusammenarbeit mit der GMO Z.com Trust Company die Stablecoins GYEN und ZUSD im Stellar Netzwerk eingeführt. Hier ganz kurz noch zusammengefasst, die Integration wird die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Erschwinglichkeit von Stellar mit der globalen Nützlichkeit des weltweit ersten regulierten JPY-Stablecoins vereinen. Ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen globalen Zahlungssystemen. Gute Geschichte auch wieder, wie gesagt, von Stellar hier für XLM. Also Achtung Leute, immer wieder mal eine Sache auf die News zu schauen oder bittest News zu schauen, denn dann vielleicht schon mal wissen, okay, vielleicht mal ein Auge auf den Coin werfen, vielleicht mal ein, zwei ins Wallet geben, keine mehr finanzielle Beratung, aber diese guten News sind meistens ein guter, guter Punkt, um einen kleinen, kleinen Pump nach oben zu sehen. Jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig, ich weiß, aber immer wieder mal drauf schauen. Peter Schiff, verkauft eure Bitcoins jetzt. On-Chain-Daten signalisieren Warnung für Bitcoin. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Peter Schiff redet Bitcoin, vor einer künftigen Base-Saison zu verkaufen. Mittelfristige Bitcoin-Anleger treiben den Zufluss an der Kryptobörse auf über 5000 Bitcoin. Der bekannte US-amerikanische Broker Peter Schiff ist der Meinung, dass es jetzt für die Investoren an Zeit ist, Bitcoin aus dem Portfolio zu nehmen und zu verkaufen. Die Empfehlung kommt nicht überraschend, gab es doch mehrere unangenehme Ereignisse im Kryptobereich, wie das kürzliche Eingeständnis von BlockFi, dass man nicht mehr wie gewohnt arbeiten könne. Die FTX-Liquiditätskrise etc., ihr wisst Bescheid Leute. Der Kurs von Bitcoin hat bereits stark an Wert eingebürst, ja, ja, was für ein Absturz, ja, ja, ja. Aber so eine Warnung rauszugeben nach einem Absturz, ich würde es, ja, ich sage da jetzt mal nichts dazu. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Ja, Bitcoin-Kurs ist abgestürzt. BlockFi hat seine derzeitige Situation mit FTX in Verbindung gebracht, wo man nach Mitteln sucht, um zahlungsfähig zu bleiben. Ihr habt ja die Artikel gesehen hier immer wieder auf meinem Kanal. Außerdem macht BlockFi FTX US und Alameda für seine missliche Lage verantwortlich. Nach Angaben von BlockFi wird die Aktivität der Plattform eingeschränkt, inklusive einer Kontensperre. Und natürlich jetzt auch noch die Geschichte mit dem Hack, jedenfalls was das Abheben betrifft. Also Leute, die Geld da oben haben, Kryptos oben haben, bekommen es momentan nicht runter. Schaut nicht gut aus. Der Kryptokreditgeber will seine Kunden vor dem Anhalten Chaos schützen und verspricht ihnen regelmäßige Updates über den Stand der Dinge. Erst einmal schützt er mit der Kontensperrung, aber sich selber. Das hört sich dann offiziell so an. Lassen wir das hier mal. Und jetzt auf den Tweet von BlockFi gab es mehrere Reaktionen auf Twitter, unter anderem auch von Peter Schiff. Er sagte, das sieht nicht gut aus, aber das ist zu erwarten. Es wird noch viel mehr kommen. Verkaufen Sie die Bitcoin, wenn Sie können, da viele Menschen, die gerne verkaufen würden, nicht können. Naja, gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Peter Schiff hat hier sich dazu geäußert. Artikel kommt von Ibukun Ogundare. Vielen Dank dafür und wir gehen zum nächsten Artikel. IOTA kann den weltweiten Klima- und Finanzsystemwandel effektiv unterstützen? Muschan Alkolka wieder einen Artikel rausgehauen, der sehr interessant ist. IOTA und Dell wollen daran arbeiten, die Vertrauensprobleme rund um die Datentransparenz bei der Klimakontrolle zu lösen. Also, IOTA und Dell Partnerschaft ist natürlich wieder was ganz was Feines für alle IOTA-Fanboys. Bin ja auch ein kleiner. Im Rahmen des Projekts Alvarium haben sie ein System der integrierten digitalen Messung, Berichterstattung und Überprüfung entwickelt. Das IOTA-Netzwerk ist eine der führenden Blockchain-Plattformen, wissen wir. IOTA kooperiert mit Dell Technologies, um den CO2-Fußabdruck in Echtzeit zu verfolgen. Die Kooperation zielt darauf ab, den Klimawandel abzufedern und ein datengesteuertes Ökosystem zur Verfolgung von CO2-Emissionen aufzubauen. Das ist eine gute Geschichte, das ist eine gute Nachricht. Da gibt es noch einen ganzen Artikel dann von mir eigens für alle IOTA-Fans auf meinem Kanal. Aber ist schon mal eine ganz tolle Geschichte. Gehen wir jetzt mal weiter. Schauen wir uns den Markt ein bisschen an. Was ist denn hier so abgegangen momentan? Wir sehen hier die Top-Trending-Coins. Solana, Platz Nummer 1, geht aber richtig böse runter, weiterhin mit 7%. Der Bitcoin, Platz Nummer 2, 0,5% im Minus. Und der Dogecoin hat wieder mal Gas gegeben und ist 10% im Plus. Es ist ja unvorstellbar. Die Gewinner, Top-Gewinner. FGX, der Voyager-Token mit 47%, Gmx mit 20% und Luxe, der Luxo-Coin mit 5,2% ist hier im Plus. Natürlich ist der FTX-Token undervalued, wissen wir ja. FID ist undervalued und überkauft ist DFI Money. So, schauen wir uns das hier mal an. In 24 Stunden richtig böse runtergekracht, der FTX-Token weiterhin. Wir wissen es ja. Kronos, minus 10%, Wahnsinn. MKR ist auch wieder runter, 9,7%. Helium, Aave, Inch und so weiter. Solana, da sind die Coins wieder böse, böse runtergegangen. Hier habe ich noch gesehen. Matic auch runter mit 6,45%. Ja, es geht momentan wirklich alles böse runter. So, schauen wir jetzt mal rein. Hier, die Bitcoin-Price-Prediction. Ich mache es heute mal anders. Ich mache heute mal keine technische Analyse von meiner Seite. Ich habe hier einen Artikel gefunden, den finde ich ganz interessant und den möchte ich euch zeigen, Leute. Und zwar, hier auf Deutsch ist das jetzt die CoinCodex-Price-Prediction, die Preisprognose. Schaut euch das mal an. Lauter Bitcoin-Price-Prognose von CoinCodex wird der Bitcoin-Preis in den nächsten 5 Tagen voraussichtlich nochmal. Um 12,09% fallen, Leute. Das ist schon eine Ansage. Bitcoin ist ja schon richtig runtergegangen. Wir sind natürlich bearish. Das sehen wir hier, wir haben 21 Punkte mit extremer Angst im Markt. Und laut der Bitcoin-Preis-Prognose wird, wie gesagt, in den nächsten 5 Tagen hier von CoinCodex, nicht von mir, der Bitcoin nochmal weiter runterfallen. Ihr seht es hier, die Prediction hier, die Vorhersage. Schaut böse aus. 15.000 Dollar, wir kommen. Nein, das sagt uns hier CoinCodex. Ich mache heute keine allzu lange Geschichte. Wir sehen nur, der Bitcoin-Preis ist vom letzten 63.000. Also eigentlich in einem Jahr, jetzt ist es genau ein Jahr vom 12.11. Jetzt, 12.11. sehen wir hier, in einem Jahr haben 73% runtergegangen. Das tut richtig böse weh. Das muss ich schon sagen. Ja, das tut wirklich richtig böse, böse weh. Hier ganz kurz das Fazit am Ende des Videos zu dieser Bitcoin-Vorhersage. Nach Berücksichtigung der oben genannten Faktoren können wir zu dem Schluss kommen, dass die aktuelle Prognose für die Bitcoin-Preis-Vorhersage bearish ist. Bitcoin müsste um 12% fallen, um unser Ziel von 15.000 US-Dollar innerhalb der nächsten 5 Tage zu erreichen. In Zukunft wird es wohl wichtig sein, die Bitcoin-Marktstimmung, die wichtigsten Unterstützung und Widerstandsniveaus und andere Kennzahlen zu überwachen. Wir müssen jedoch bedenken, dass die Kryptowährungsmärkte unberechenbar sind, sage ich auch immer wieder. Und selbst die größten Krypto-Assets eine große Preisvolatilität aufweisen. Für langfristige Prognosen können wir uns das Ganze noch hier anschauen. Das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben für die nächsten 5 Tage hier ein Ziel von CoinCodex präsentiert bekommen. Und das geht runter hier auf 15.000 und zwar bis zum 17. November. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so stimmt. Heute keine Analyse von mir, keine technische, weil einfach zu viele News da sind. Und weil das hier, glaube ich, genau auf den Punkt kommt, es könnte weiter böse runtergehen. Leute, danke fürs Zuschauen. Macht es gut, wenn euch das Ganze gefällt, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Wünsche, Änderungsvorschläge habt, immer gerne her damit. Ansonsten wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. All das ist keine finanzielle Beratung. Ich bin kein Anlageberater. Ich gebe euch hier nur die aktuellen News zusammengefasst weiter und zeige euch auch manchmal einen Einblick in meine Trade. Dankeschön, macht es gut, schwingt den Hut. Tschüss und ciao, euer Bitti. Euer Bitcoin-Krypto-Trading-Informand. Ciao, Leute. idos Lassbot-Trading. Vielen Dank.